Heute zeige ich euch ein mega Tipp bei Regenwetter, nämlich das Blue Cinema Max in Emmenbruck, das neu eröffnet hat mit einem riesigen Kino und einem Bowling-Centrum mit neuesten Technologien und Gamecorner. Der riesige Bowling-Alli, welchen ihr spielen könnt auf 14 verschiedenen Bahnen mit modernster Technologie und mit Pins, die alles leuchtet. Und ihr habt noch drei Billiardtische, die ihr euch gemütlich battlen könnt. Und in der Sportsbar könnt ihr wunderbare Cocktails geniessen und ihr habt einen Ausblick über das ganze Bowling. Und in der riesigen Game-Zone oben bei den Kinos habt ihr mega viele Simulatoren, Air-Hockey und sogar einen Kids-Corner mit Rutschi, die ihr erlebt könnt. Im Blue Cinema Max in Emmenbruck habt ihr insgesamt acht spannende Kinosäle. Sieben davon sind mit einem hochmodernen 4K-Laser-Projektor ausgestattet. Und in einem Saal habt ihr sogar ein 4DX-Kino mit Schnee, Regen und verschiedenen Effekten, die ihr erleben könnt. Oder ihr könnt eine feine Zuckerwatte nach Wahl aus dem Automat rauslassen mit mega coolen Formen. Danke dir für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der Praktikant.